Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder zu unserer zweiten Fitnesslektion mit Uwe. Und das Objekt der Begierde steht vor uns. Da haben wir das, was eigentlich überall in der Gegend steht. Wir haben eine Bank. Normalerweise ist die da zum Sitzen und die schöne Landschaft zu betrachten. Aber heute nutzen wir diese hübsche Bank, um unser kleines Fitnessprogramm mal hier zu machen. Und wenn ihr keine Bank habt, okay, da könnt ihr vermutlich auch mal gucken, ob ihr das zu Hause mit dem Stuhl hinbekommt. Aber ich habe euch ja gesagt, mindestens jeden Tag 6000 Schritte. Und wenn ihr so ein kleines Wäldchen oder einen kleinen See, wie ich das hier habe, zur Verfügung habt, dann geht mal hin. Da findet ihr bestimmt eine Bank, wo ihr diese Übungen machen könnt. So, los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß bei der zweiten Runde. So, beginnen wir mit der ersten Übung. Die sieht natürlich richtig geil einfach aus. Wir setzen uns einfach auf die Bank, Leute. Ja, wenn das so einfach wäre. Schaut jetzt mal. Wir setzen uns auf die Bank und heben einfach die Füßchen hoch. Und da bleiben wir dann im Moment sitzen. Und die Füße mal schön hochgehoben. Und ihr merkt schön, wie das hier oben zieht. Wunderbar. Mmh, wie geil. Ja, ja. So, ja. Jetzt halten wir die Füßchen, solange es geht, nach oben. Und, damit es noch spannender wird, ihr Lieben, machen wir die Beinchen mal schön gerade und zurück. Und nicht die Füße absetzen. Schön gerade und zurück. Und schön gerade und zurück. Und schön gerade und zurück. Denkt dran, mindestens zehnmal. Ja, mindestens zehnmal. Ihr könnt es auch erweitern. Selbstverständlich. Ja. Macht es mal. Es sieht einfacher aus, wie es ist. Ja. Und ja. Und ja. Und ja. So, und jetzt. Jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir nämlich hier so ein bisschen weg von der Bank. Stützen uns so ein bisschen ab. Und hängen einfach so. Damit jeder, der vorbeiläuft, wird denken, oh Gott, was machen die? Ja. Einfach so ein bisschen hängen. Und wer Bock hat, kann jetzt so ein bisschen runtergehen. Und wieder hochdrücken. Und runtergehen. Und wieder hochdrücken. Und runter. Wieder hoch. Und runter. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Und noch einmal. Jawohl, 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 jawohl. Und zehn. Also was ich kann, Freunde, das könnt ihr auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Denn jetzt drehen wir die ganze Apparatur rum. Und jetzt geht es andersrum. Jetzt drehen wir uns einfach rum. Stützen uns mit den Händen schön auf der Bank ab. Und machen im Grunde genommen Liegestützen auf der Bank. Zehn Stück. Ich habe die Brille an, aber macht nichts. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Und jetzt einfach. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, jetzt mit den Knien außen an die Ellenbogen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Jetzt bleiben wir hier gerade vor der Bank stehen. Und es bietet sich hier an, erstmal hier die Füße einfach mal hoch und runter zu machen. Ja. Könnt ihr einfach so ein bisschen machen. Und um das Ganze noch so ein bisschen zu erweitern. Immer mit dem entgegengesetzten helle Bogen aufs Knie. Hey Leute, wir werden noch krank und schlank. Wären wir noch. Jetzt tun wir das Ganze so ein bisschen überstrecken. Ah. Ah. Schön. Und jetzt nochmal hier. Ah. Das zieht so ein bisschen. Ah. 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 Übrigens, die Bank hier wurde gesponsert vom Gasthaus bei Paula. Ja. Nur zum, für die Werbung. So. Gut. Ihr Lieben. So. Haben wir das auch wieder geschafft. Also ihr seht, ihr könnt auch eine ganz banale Bank benutzen auf euren Spaziergängen. Und immer daran denken, Freunde. 6.000 Schritte jeden Tag. Und dafür sind die Dinger eigentlich ganz gut. Schrittzähler. Und die zeigen euch an, wie viel ihr gemacht habt heute. Und ich bin knapp bei 6.000 schon. Aber euer Handy macht das genauso. Also da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht heute. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid mit Sport mit Uwe. Tschüss. Tschüss. Tschüss.